Das Königreich Jerusalem der Kreuzfahrer, das 1099 geschaffen wurde, war dem westeuropäischen Feudalismus entsprechend in eine Reihe kleinerer Herrschaften aufgeteilt. Nicht dazu gehörten die drei anderen Kreuzfahrerstaaten, das Fürstentum Antiochia, die Grafschaft Edessa und die Grafschaft Tripolis, die nicht Teil des Königreichs waren und auch keine feudalen Leistungen zu erbringen hatten. Johann von Ibelin folgend, waren die vier höchsten Barone des Reichs, der Graf von Jaffa und Ascalon, der Fürst von Galiläa, der Herr von Sidon und der Graf von Tripolis. Im Falle Tripolis jedoch war Johann sich nicht sicher und er schreibt, dass andere behaupteten, der Herr von Ultrejorden wäre der vierte Baron. Wahrscheinlich verdrehte Johann hier die Wahrheit, da er sich zu diesem Zeitpunkt mit dem normalen Herrn von Ultrejorden im Konflikt befand. Mit dem Grafen von Tripolis hingegen befreundet war. Tripolis war jedoch nie Teil des Königreiches Jerusalem, sondern zu jeder Zeit unabhängig. Sodass vermutlich doch Ultrejorden die vierte Baronie war. Ebenso ist in der Forschung umstritten, ob es den Status der Baronin tatsächlich gab oder es nur eine Art Wunschdenken Johanns war. Der selbst die Grafschaft Jaffa und Ascalon besaß, darüber hinaus führt er 16 weitere unabhängigen Herrschaften auf die Seniorien. Baronin und Seniorien besaßen laut Johann das Recht von Curricoin Say Justice, das Recht also auf eine Feudalgericht. Ein eigenes Bleisiegel zur Bestätigung von Urkunden und die Gerichtsbarkeit über die sonstigen Einwohner der Herrschaft. Von Johanns Auflistung der Seniorien muss seine Auflistung unterschieden werden, welche Gebiete dem Königreich wie viele Ritter schuldeten. Die hier angedeuteten Abhängigkeiten der kleineren Herrschaften von den größeren Baronin sind laut Peter et Burrier auf Kampfverbände als auf Feudalrechtliche Vorgaben zurückzuführen. Der Rest des Landes wurde von der Krone direkt gehalten, die für Zentren dieser Grundomäne lagen in Jerusalem selbst, Akon, Nablus und Taires. Obwohl die Herrschaften im Königreich in den ersten Jahren nicht erblich waren, konnten sich die meisten Familien ab den 1130er Jahren in ihren Gebieten halten. Viele dieser Herrschaften hörten nach dem Verlust Jerusalems 1187 auf zu existieren, erst recht nach dem Verlust Akons 1291. Dennoch traten noch Jahrzehnte und Jahrhunderte später in Europa Prätendenten auf Grafschaft Jaffa und Ascalon. Die Grafschaft Jaffa war üblicherweise im Besitz der königlichen Familie, entweder direkt im Besitz des Königs oder mindestens eines seiner Verwandten. Jaffa war Ende Mai 1099 vom ersten Kreuzzug erobert, 1100 von Gottfried von Bouillon befestigt und erfolglos von Daimbert von Pisa, dem ersten lateinischen Patriarchen von Jerusalem für sich beansprucht worden als Hugo II. Von Lepuset 1134 gegen König Volko rebellierte, wurde die Grafschaft in eine Reihe kleinerer Einheiten aufgeteilt. Jaffa selbst wurde Grundgut. 1187 ging Ascalon an Saladin verloren, das zwar 1239 wieder zurückerobert, aber nicht wieder mit der Grafschaft Jaffa vereint wurde. Ascalon wurde stattdessen 1243 von Kaiser Friedrich II. an den Hospitaliterorden verkauft, welcher die Burg 1247 endgültig an die Muslime verlor. Ungeachtet dessen nannte sich der seit 1247 amtierende Graf Johann von Jaffa auch weiterhin Graf von Jaffa und Ascalon. Wohl um seinen Besitzanspruch auf Ascalon zu untermauern, der aber nie ausgeübt werden konnte. Am 3. März 1268 wurde auch Jaffa endgültig von den Maneluken unter Baibasi erobert. Der Grafentitel wurde noch lange nach dem Fall der Grafschaft als bloße Titulatur weitergeführt. Roger und Gerhard Krongut Hugo I. von Lepusit Albert von Namu als Regent für Hugo II. von Lepusit Hugo II. von Lepusit Krongut Amalrich I. Krongut Guido von Lusignan Krongut Gottfried von Lusignan Amalrich II. Krongut Walter IV. von Brehen Johann von Ebelin Jakob von Ebelin Guido von Ebelin Philipp von Ebelin Hugo von Ebelin Balean von Ebelin Marie von Ebelin Florin Johann Pérez Fabris Luis Pérez Fabris Giorgio Contarini N. Contarini Giorgio Contarini Eine Reihe von Herrschaften waren Vasallen des Grafen von Jaffa, bzw. Direkt der Krone unterstellt, wenn die Grafschaft Jaffa Teil des Krongutes war. Ramla wurde ebenfalls 1099 vom ersten Kreuzzug erobert. Ramla wurde kurz bis 1101 vom Bischof von Ramla und Lüder regiert. Es ist nicht bekannt, wann Ramla eine eigene Herrschaft wurde, obwohl es einen Balduin von Ramla gab. Einen Großgrundbesitzer in den frühen Jahren des Königreichs wurde Ramla Teil der Grafschaft Jaffa 1134 nach der Revolte des Hugo II. von Lepusit eigenständig mit Balduin II. von Ramla als Herrn. Helvis die Erbtochter Balduin II. heiratete um 1130 Barisan von Ebelin und nach dessen Tod Manasses von Hirges. Ihr Sohn Hugo aus erster Ehe folgte ihr 1152. Dessen Bruder Balduin III. übernahm Ramla nach Hugos Tod um 1170 und ging 1187 im Streit mit König Guido von Lusignan nach Antiochia ins Exil. Sein minderjähriger Sohn Thomas übernahm die Herrschaft nur kurzzeitig. Noch im selben Jahr wurde Ramla von Saladin erobert. Durch den vom Kreuzzug von 1239 bis 1241 bewirkten Friedensvertrag mit den Muslimen erhielten die Christen die Herrschaft Ramla 1241 zurück. Und Johann von Ebelin wurde mit der Herrschaft belehnt. Um 1268 wurde Ramla endgültig von den Mamluken erobert. Balduini von Ramla. Balduin II. von Ramla. Manasses von Hirges. Hugo von Ebelin. Balduin von Ebelin. Thomas von Ebelin. Johann von Ebelin. Jakob von Ebelin. Ebelin wurde um 1141 gegründet. Es lag rund um die neu errichtete Burg Ebelin nahe Ramla und wurde an Barisan von Ebelin gegeben, den vormaligen Konstabler der Grafschaft Jaffa. Die Ebelins wurden in der Folgezeit die mächtigste Familie im Land und beherrschten bald weite Teile des Königreiches. 1187 wurde Ebelin von Saladin besetzt und nicht mehr durch die Christen zurückerobert. Barisan von Ebelin. Hugo von Ebelin. Balduin von Ebelin. Balian von Ebelin. Mirabel war eigentlich eine Untereinheit der Herrschaft Ramla und wohl nur kurzzeitig in den 1160er Jahren eigenständig. Als Hugo von Ebelin es an seinen Bruder Balduin ausgab, nach Hugos Tod wurden beide Herrschaften unter Balduin wieder vereinigt. Mirabel wurde 1187 von Saladin erobert. Balduin von Ebelin. Fürstentum Galiläa. Das Fürstentum Galiläa, auch Fürstentum Tiberias, wurde bereits wenigstens dem Namen nach 1099 errichtet als Tankred von Taren Tiberias. Haifa und Bethsan eroberte und von Gottfried von Bouillon als Lehn erhielt beschränkte Balduini. Tankreds Macht, in dem er Haifa an Waldemar Kapenel gab, auch wurde Tankred gezwungen, das Fürstentum aufzugeben, als er Regent in Antiochia wurde. Das Fürstentum wurde 1187 von Saladin erobert, wurde 1240 zurückgegeben, aber 1247 endgültig von den Ayubiden zerschlagen. Der Titel wurde jedoch von den Äben der Könige von Jerusalem in Akon weitergeführt. Tankred, Hugo von St. Thomas, Jeff S. von Barzoches, Tankred, Joschelin von Kortnai, Wilhelm I. von Bures, Elinand, Simon, Wilhelm I. von Bures, Raimund III. von Tripolis. Hugo II. von St. Thomas, Titularfürst. Rudolf von St. Thomas, Titularfürst. Eski war von St. Thomas, Titularfürstin 1219 bis 1240, 1247 bis 1265. Udo von Montbelliard. Philipp von Ibelin, Titularfürst. Balian von Ibelin, Titularfürst. Bohimon von Lusignan, Titularfürst. Guido von Lusignan, Titularfürst. Hugo von Lusignan, Titularfürst. Johann von Brie, Titularfürst. Heinrich von Lusignan, Titularfürst. Das Fürstentum hatte seine eigenen Vasallen, die Herrschaften Beirut, Nazareth und Haifa, die wiederum oft Untervasallen hatten. Beirut wurde 1110 erobert und Volko von Giene gegeben. Sie war eine der langlebigsten Herrschaften, da sie bis zum endgültigen Zusammenbruch des Königreichs 1291 bestand. Obwohl oder gerade, weil sie nur aus einem schmalen Streifen Mittelmeerküste rund um Beirut bestand. Beirut war wichtig für den Europahandel und hatte innerhalb des Fürstentums Galilea eigene Vasallen. 1187 bis 1197 war Beirut von Saladin besetzt und fiel 1291 an die Mamluken. Fulko von Giene, Walter I. Brisebare, Guido I. Brisebare, Walter II. Brisebare, Guido II. Brisebare, Walter III. Brisebare, Krongut, Androniko Komnenos, Johann von Ibelin, Balean von Ibelin, Johann von Ibelin, Isabella von Ibelin, Hugo II. Wilhelm Barley, Guido von Zypern-Lusignan, Hugo von Zypern-Lusignan, Guido von Zypern-Lusignan, Johann von Zypern-Lusignan, die unter Vasallen Beiruts waren. Banius wurde 1128 von den Asensinen an Balduin II. gegeben, der es an Rainer Bruss weitergab, der wiederum auch die Herrschaft Esebebe inne hatte, die mit Banius verschmolzen wurde. Rainers Tochter heiratete Humfried II. von Thuron, der um 1148 Herr von Banius wurde. Er verkaufte 1157 Teile von Banius und Chestel Neuf an die Johanniter. Banius wurde mit Thuron vereinigt bis es 1164 an Nuettin fiel. Als es 1176 zurückerobert wurde, wurde es Teil der Herrschaft Justzelins III. von Idesar. Nach der Niederlage der Kreuzfahrer bei Herten 1187 fiel die Herrschaft an Saladin, Rainer Bruss, Humfried II. von Thuron, Joschelin III. von Idesar. Die Burg Thuron wurde von Hugo von St. Thomas, Fürst von Galiläa, erbaut, um die Eroberung von Tires zu unterstützen. Nach Hugos Tod wurde sie zu einer unabhängigen Herrschaft gemacht, die Humfried I. 1107 erhielt. Die Herren von Thuron wurden sehr einflussreich in Jerusalem. Humfried II. war Konstabler von Jerusalem. Humfried IV. heiratete Isabella I., die Tochter Amalrichsie. Thuron war eine der wenigen Herrschaften mit erblichem Status, zumindest einige Jahrzehnte lang. Die Herren von Thuron waren mit den Herren von Old Tridardain verbunden. Später wurden Thuron mit der königlichen Domäne von Tyrus verschmolzen. 1187 bis 1229 und 1239 bis 1240 war Thuron von den Ayubiden besetzt. 1266 wurde Thuron endgültig von den Mameluken erobert. Hugo von St. Thomas, Humfried I. von Thuron, Humfried II. von Thuron, Humfried IV. von Thuron, Chronguth, Humfried IV. von Thuron, Isabella von Thuron, Alice von Arminin, Vakanz, Philipp von Monfort, Johann von Monfort. Thuron hatte zwei Vasallen, die Herren von Chestelneuf und die Herren von Thuron-Ahmud. Chestelneuf wurde von Hugo von St. Thomas um 1105 gebaut und kam später an die Johanniter, bis es 1167 an Nuettin fiel. Thuron-Ahmud blieb bei der Herrschaft Beirut bis Johann von Ibelim es dem Deutschen Orden 1261 verkaufte. Nazareth war Besitz der lateinischen Patriarchen. Es wurde 1115 als Herrschaft innerhalb Galileas errichtet und war der Sitz eines Erzbisturms. Haifa, von den Kreuzfahrern Kaifa genannt, wurde am 25. Juli 1100 von den Kreuzfahrern erobert. Es war teilweise eine kirchliche Domäne des Erzbischofs von Nazareth, teilweise bestand es aus Land des Fürstentums Galiläa. Es wurde 1099 als Lehn an Waldemar K. Penel vergeben. Haifa war 1187 bis 1189 von Saladin besetzt. 1265 wurde Haifa endgültig von den Maneluken erobert. Waldemar K. Penel Tancred Waldemar K. Penel Rohe T. Penel Pagani K. Penel Tancred Kronguth Vivien K. Penel Kronguth Pagan II K. Penel Rohe II K. Penel Helvis K. Penel Gottfried T. Johann von Valencien Gillesi Pulein Gottfried II Pulein Gilles II Pulein Johann von Valencien Grafschaft Sidon Sidon wurde 1110 während des Kreuzzugs Sigurds von Norwegen erobert und an Eustachie, Garnier, Herr von Cäsarea gegeben. 1187 wurde die Grafschaft von Saladin besetzt und 1197 vom deutschen Kreuzzug zurückerobert. Von 1202 bis 1210 stand die Grafschaft unter Regentschaft von Guido von Montfort, dem Stiefvater des noch minderjährigen Balian Garnier. 1260 verkaufte Julian Garnier Sidon den Templern. Die Stadt wurde noch 1260 von den Mongolen geplündert und schließlich von den Mamluken erobert. Eustachie, Garnier, Gerhard Garnier, Balian Garnier, Julian Garnier, Föbus von Lusignan, Philipp von Lusignan. Die Herrschaft Schuf wurde um 1170 als Vassal aus der Herrschaft Sidon herausgelöst. Sie lag um die befestigten Höhlen von Tairn. Graf Julian Garnier von Sidon verkaufte sie dem deutschen Orden 1256. Andreas von Schuf, Johann von Schuf, Julian Garnier, Herrschaft Ultray-Jorden. Die Herrschaft Ultray-Jorden bestand aus Land mit dem Jordan als Westgrenze und undefinierten Grenzen im Osten und war eine der größten und wichtigsten Herrschaften. Balduini, griff die Gegend 1100, 1107 und 1112 an, baute 1115 Montreal, um die muslimischen Karawanenrouten zu kontrollieren. Was dem Königreich immense Einnahmen bescherte, Balduin II, gab die Herrschaft 1118 an Roman von Lepuy, nachdem dieser gegen den neuen König Fulco aufbegehrte. Wurde sie ihm aber 1134 wieder entzogen und Pagan der Mundseng zum Herrn gemacht. In den 1140er Jahren ließ Pagan die stärkere Burg Kerak errichten, die Montreal später als Zentrum der Herrschaft Ultray-Jorden ablöste. Nach Pagans Tod 1147 folgte ihm dessen Neffe Moritz 1161, tauschte Philipp von Mili, Herr von Naplos, mit König Balduin III. Die Herrschaft Naplos gegen die Herrschaft Ultray-Jorden. Nach dessen Tod erbte dessen Tochter Stefanie von Mili die Herrschaft, die von ihren insgesamt drei Ehegatten ausgeübt wurde. Der letzte von ihnen, Reinhard von Chatillon, wurde durch seine feindselige Haltung den Muslimen gegenüber zum Teil verantwortlich für Saladins Invasion. Saladin enthauptete Reinhard nach der Schlacht bei Herten 1187 eigenhändig. Er eroberte das Gebiet 1187. Die mächtigen Burgen Kerak und Montreal fielen nach langer Belagerung erst 1189. Die Herrschaft Ultray-Jorden war für die Kreuzfahrer endgültig verloren. Roman von Lepuy, Pagan der Mundschenk, Moritz von Montreal, Philipp von Mili, Stefanie von Mili, Titular Herren ab 1189, Humphrey III, Reinhard von Chatillon. Andere Herrschaften. Die Herrschaft Adelon scheint erst errichtet worden zu sein, nachdem der Mittelpunkt des Königreichs nach Akon verlegt worden war. Zentrum der Herrschaft war eine heute nicht mehr erhaltene Burg am Mittelmeer zwischen Tyrus und Sidon. Adelon war von einigem Einfluss zur Zeit des Kaisers Friedrich II., Adam von Giblet bis Medin, Agnes von Giblet bis Medin, Dietrich von Termunde, Daniel von Termunde, Daniel II. von Termunde, Peter von Envelon, Jordan von Termunde. Asuf wurde 1101 erobert, blieb aber Kron-Domäne bis 1163, als Johann von Asur hierher wurde. Als Johann kinderlos starb, übernahm Mili Sende, die Tochter seines Bruders Guido, die Herrschaft. In zweiter Ehe brachte Mili Sende die Herrschaft an die Familie Ibelin. 1260 oder 1261 verkaufte Balean von Ibelin die Herrschaft an den Johanniter-Oden. 1265 wurde Asuf endgültig von den Mameluken erobert. Johann von Asuf Johann von Ibelin Johann von Ibelin Balean von Ibelin Bethsan wurde 1099 von Tancred besetzt, war trotz seiner Lage Nithail-Galilias, wurde aber 1101 königliche Domäne. Vermutlich bis um 1120. Die Herrschaft wurde 1183 von Saladin erobert. Adami von Bethsan Adam II von Bethsan Germonti von Bethsan Adam III von Bethsan Germont II von Bethsan Balduin von Bethsan Walter von Bethsan Theobald von Bethsan Die Burgplaschegarde wurde von König Foucault 1142 als Teil der königlichen Besitzungen erbaut und wurden von Kastellanen regiert. Sie wurde 1166 zur Herrschaft erhoben, als sie an Walter III. Brisebare ging, der gezwungen worden war, Beirut aufzugeben. Walter III, Brisebare, Gilles Brisebare, Rudolf Brisebare, Amalrich Barley Caesarea wurde 1101 erobert und an den Erzbischof von Caesarea gegeben. Ab in von Bourges könnte der erste Herr gewesen sein, nachweisbar ist allerdings erst Eustachie. Garnier, der von 1110 bis 1123 regierte. Die Herrschaft wurde 1187 von Saladin besetzt und 1191 zurückerobert. 1218 wurde die Herrschaft erneut von den Ayubiden erobert und 1229 zurückgegeben. 1275 wurde Caesarea von den Mameluken erobert. Ab in von Bourges Eustachie Garnier Walter I. Garnier Hugo Garnier Guido Garnier Walter II. Emma D. Leiren Walter III. Johann Brisebare Margarete Brisebare Jean Lallemann Nicolas Lallemann Johann von Neville Johann Gorab Cayment, ca. 15 km östlich von Kafalet, wurde kurz nach dem dritten Kreuzzug errichtet und Balian von Ibelin übergeben, der seine bisherigen Herrschaften Ibelin, Ramla und Nablus an Saladin verloren hatte. Die Herrschaft ging beim Tod Balians 1193 schließlich in die königliche Domäne über. Über die Herrschaft derer ist wenig bekannt, außer, dass sie 1118 errichtet wurde. Diese weit östlich des Jordans gelegene Herrschaft wurde vermutlich bald wieder von den Muslimen erobert. Hebron war eine der ersten Herrschaften des Landes. Hebron stand mehrfach unter königlicher Herrschaft. Hebron hatte einen eigenen Vasallen, nämlich die Herrschaft von Beth-Gebelin, die König Volko um 1134 errichtet hatte. 1136 wurde Beth-Gebelin an die Johanniter gegeben. Um 1187 wurde auch Hebron von Saladin erobert. Gerhard von Aversen, Waldemar Kappenel, Ruhet von Haifa, Kronguth, Hugo I. von St. Abraham, Kronguth, Walter Mahomet, Kronguth, Beiduin von St. Abraham, Hugo II. von St. Abraham, Kronguth, Reinhard von Schatillon. Montgisat wurde als Verteidigungsanlage gegen Neuettin gebaut. Hier fand 1177 die Schlacht von Montgisat gegen Saladin statt. Wilhelm, Johann, Eimard, Reginald, Wilhelm, Robert, Heinrich, Balian, Wilhelm, Balduin, Robert, Johann, Jakob. Nablus war eigentlich keine eigene Herrschaft, sondern eines der vier Zentren der Kondomäne. In den 1140er Jahren wurde Philipp durch Königin Merlisende hier mit einem großen Lehn ausgestattet und führte fortan den Titel eines Herren von Nablus. 1161 tauschte er das Lehn mit Millisendes Sohn Balduin III gegen die Herrschaft Ultrejorden ein. 1167 wurde Nablus und das dazugehörige Lehn Maria von Jerusalem anlässlich ihrer Hochzeit mit König Amalrich als Morgengabe übergeben. Nach Amalrichs Tod heiratete Maria 1177 Balian von Ibelin, der dann auch wieder den Titel eines Herrn von Nablus annahm. Um 1188 wurde die Herrschaft von Saladin erobert. Philipp von Milly 1161 bis 1167 Kron gut. Maria kommen in Aberlian von Ibelin. Skandalien wurde 1116 als königliche Domäne errichtet. Es wurde 1148 für Robert von Skandalien zur Herrschaft erhoben. 1280 kaufte der Deutsche Orden die Herrschaft, die bald von den Mamluken erobert wurde. Kron-Domäne Robert von Skandalien Isaac von Skandalien Raimund von Skandalien Peter von Skandalien Agnes von Skandalien Wilhelm von Mandelé Deutscher Orden Tyrus wurde 1124 erobert und war zunächst Kron-Domäne. Während des dritten Kreuzzugs um 1191 wurde Tyrus zu einer eigenständigen Herrschaft für Konrad von Montferrat erhoben. Der die Stadt erfolgreich gegen Saladin verteidigt hatte wurde die Herrschaft von den Mamluken erobert. Konrad von Montferrat Heinrich II. Von Champagner Amalrich von Lusignan Kronguth Philipp von Monfort Johann von Monfort Humfried von Monfort Margarete von Antiochia Kronguth Amalrich von Tyres Herrschaft Just Céliens III. Diese Herrschaft war eine unübliche Kreation. Sie wurde an Joschelin III, den Titulargrafen von Edessa, gegeben, lange, nachdem er seinen Besitz verloren hatte. Anlass war 1176 Just Céliens Heirat mit Agnes von Millie. Der Besitz bestand aus königlichem Land in der Umgebung Akons und umfasste unter anderem die Burgen Benius, Castellum, Regis und Toron. Just Céliens Tochter Beatrix heiratete 1208 Otto von Botenlauben, der das Land 1220 dem Deutschen Orden verkaufte. Belege Zu Johann von Ibelin und seinen Auflistungen Peter W. Edbury, John of Ibelin and the Kingdom of Jerusalem, Woodbridge 1997 B.E.S. S. 110-176 Den Ibringel, The Castle and Lordship of Mirabel In Montjoey, Steady's and Crusade History in honor of Hans-Eberhard Meyer Alderschott 1997 S. Martin Reinheimer, Das Kreuzfahrer Fürstentum Galiläa, Frankfurt A. M. 1990 S. 39-63 Hans-Eberhard Meyer The Crusader Principality of Galiläa between Sertoma and Burris S. Iwete In Itinirayas de Orient Homash S. Claude Kahn S. 157-167 Christoph